Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Zoe Pastel. Achtung, die Tür geht zu vom Tesla. Ja. Hey, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wir machen jetzt mit dir eine kleine Tour in dem Tesla von Limolux durch Zürich. Hey Zoe, du hast ja ein wahnsinniges Jahr hinter dir. Ich weiss es gar nicht, bist du jetzt Influencerin, bist du Schauspielerin oder bist du Moderatorin? Meine Damen und Herren, für die, die es nicht wissen, Zoe Pastel hat in zwei Filmen Furore gemacht. Der erste Film war Amateurteens und der zweite Film war Blue My Mind, zusammen mit Luna Wedler. Genau. Und Luna Wedler ist jetzt abgegangen wie eine Rakete. Und wieso bist du eigentlich Schauspielerin, wie bist du eigentlich zu diesem Film gekommen, zu diesem Engagement? Ich habe ganz früh angefangen, Ballettausbildungen zu machen. Ah, du bist ein Ballettdös? Also früher, ja. Bin ich aber sehr jung gewesen und habe dann dadurch... Ah, du bist jetzt immer noch jung, du bist zwanzig, oder? Ja, aber ich habe dadurch so meine Passion gefunden für alles, was mit Bühnen zu tun hat und so weiter. Und habe eigentlich dort meine Passion gefunden für die Schauspielerei. Für meine Leidenschaft. Genau. Durch das Tanzen eigentlich. Und habe dann im Internet ein Open im Casting gesehen für Amateurteens, der erste Film. Amateurteens, ja. Dort hat ja Luna Wedler auch mitgespielt. Genau, mich kennen das aber schon vom Tanzen von früher. Aha, also ihr seid eigentlich Kolleginnen. Genau. Und ja, und da habe ich mich dort angemeldet und habe sofort gemerkt, das ist es, was mir Spass macht. Und habe dann dort mitgemacht, mich sofort angemeldet für die Schauspielausbildung. Mhm. Hast du das auch gemacht? Drei Jahre Schauspiel studiert. Abschliessen? Ja. Sehr. Also bist du eigentlich anerkannte, ausgebildete Schauspielerin? Ja, kann man so sagen. Und wo hast du das gemacht, die Ausbildung? Im European Film Actors School. In? In Zürich. In Zürich? In der deutschen Filmschule. Ah, okay. Und nach dem Amateurteens, der sehr erfolgreich war, haben sie gefunden, okay, jetzt nehmen wir dich noch für das Blue My Mind. Wie heisst es? Aber sagen Sie mal, wieso ist denn die Luna Wedler abgegangen wie eine Rakete? Und du hast dort eigentlich eine Nebenrolle gehabt, oder? Wie, ähm, Blue My Mind? Ja. Ja, man kann sagen, zweite Hauptrolle. Zweite Hauptrolle, ja. Wie auch immer. Wieso ist denn jetzt die Luna Wedler so abgegangen und du, bei dir, ist es eher ein bisschen, ja, ein bisschen verhalten, das Echo, oder? Ja. Also ich habe, ähm, ich bin menschlich immer mit dem Flow. Mhm. Also ich nehme die Sachen so, wie es kommt. Genau. Und sie ist dann... Also du bist nicht so karriere-pragmatisch dran. Mal schon, aber ich lasse mich auch so ein bisschen fliessen, wenn etwas gut läuft, sozusagen. Und die Luna ist, soviel ich weiss, recht schnell auf Berlin und hat sich dort, ähm, als anerkannte Schärfspielerin eigentlich, äh, eigentlich, äh, durchsetzen konnte. Und bei mir hat's boomt auf Instagram. Mhm. Ähm, es sind Jobs, also nach der Ausbildung, es sind so viele Jobanfragen reingekommen, dass ich gefunden habe, hey, wieso eigentlich nicht, weil Fashion ist auch etwas, was mich mega interessiert. Lifestyle, äh, Inspiration, die ich weitergeben und so weiter und habe das jetzt einfach mal gemacht, ohne eigentlich viel, also ohne viel... Also dir ist es fast ein bisschen in Schoosse gefallen. In Schoosse gefallen. Ich habe natürlich viel dafür gearbeitet, also ich habe natürlich jeden Tag... Eben, weil, apropos, wenn wir auf deinem Instagram-Account gehen, dann sieht man fast 210'000 Follower. Genau, also... Wie schafft man so etwas? Ich baue... Du bist ja Star-Influencerin eigentlich, oder? Ja, ich mag den Begriff nicht so, aber ich baue das seit fünf Jahren auf. Konsequent? Konsequent jeden Tag. Ich poste, ich mache, es ist ein 24-7-Shop. Du postest jeden Tag etwas. Machst jetzt auch einen Post, hoffentlich, oder? Natürlich. Und es ist ein 24-7-Shop und darum ist die Schauspielerei vielleicht ein bisschen untergegangen. Aha. Und jetzt im September, ähm, habe ich wieder in Deutschland meinen ersten deutschen Film gedreht. Letzten, vergangenen September? Ja, der September jetzt. Was ist das für ein Film? Das ist ein ZDF-Film. Ich spiele eine Prinzessin. Jesus Gott, eine Prinzessin! Das ist ja... Aber du bist ja die Inkarnation einer Prinzessin, wenn man dich so anschaut. In dem kalten, grauen Zürich bist du so ein Prachtspatz, der so leuchtig und glänzig ist. Also eine Prinzessin, das ist einfach genau dein Begriff. Ja, ja. Es war ein supercooler Dreh mit supercoolem Cast. Mit dem Ken Dukan, Jürgen Vogel. Jürgen Vogel? Hervorragender Schauspieler. Ja, es hat hervorragende Schauspieler dabei gehabt. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen mehr fokussiert auf Schauspielerei. Ich helfe dir ja eigentlich deinem Bruder, den Kai, oder? Genau. Der kümmert sich jetzt ein bisschen um dich. Deine älteren Bruder, die jetzt Psychologie studiert, die fast keine Zeit mehr hat, um an die Uni zu gehen, weil du so viele Auspräge hast, oder? Ja, das tut mir leid, Kai. Aber du, was du ja auch noch gemacht hast, den Herbst, das war sie, Switzerland Next Topmodel, als Co-Moderatorin von Manuela. Wie bist du denn da dazu gekommen? Sie haben mich angefragt. Werd ich angefragt? ProSieben? ProSieben, ja. Und ich habe das supercool gefunden, weil es ist mega Frauenpower. Es sind zwei junge Girls, die eine ganz andere Ansicht auch vielleicht haben auf etwas. Und dann ist ja immer noch ein Gastjuror dazu gekommen, wo dann immer noch einen anderen Blickwinkel anschauen konnte. Also was mich ein bisschen gewundert hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sogar jünger im Fall. Und du bist eigentlich so zwei junge, sehr attraktive Frauen, die bereits schon jetzt quasi eigentlich das Talent haben, oder die Herausforderungen annehmen, können Leute von diesem Herrn Coachen auswählen für das Switzerland Next Topmodel. In der Presse hat es ja manchmal noch etwas geheißen. Mein Gott, die sind ja manchmal jünger als die Kandidaten selber, oder? Es sind zum Teil auch kritische Worte, dass ich das einfach so realisieren konnte. Obwohl, ich habe es wirklich sehr gut gemacht. Aber das Moderieren vor der Kamera ist für dich absolut Neuland gewesen, oder? Fernsehen als ich war Neuland gewesen. Mich selber zu präsentieren, ist auch Neuland gewesen. Mal eigentlich schon, weil zwar auf Social Media mache ich das dauernd, aber so im Fernsehformat ist das eigentlich schon etwas Neues gewesen. Mit was verdienst du eigentlich am meisten Geld im Moment? Sind das deine Filme? Sind das deine Moderations-Shop? Oder als Influencerin auf Instagram? Schon eigentlich mehr Kooperationen mit den Brands, die ich entweder auf Social Media poste, Konzepts machen... Also das ist glaube ich das Good Shit, oder? Was ist dein Sprada-Taschli, oder? Das habe ich aber selber gekriegt. Aha. Also kannst du dann zum Teil auch Produkte bewusst posten, im Auftrag von Firmen? Genau, aber ich habe zusammenarbeitet mit gewissen Brands. Brands, die ich 100% dahinter stehen kann, cool finden. Und machen da immer ein Konzept für sie. Und versuche eigentlich eher langfristige Zusammenarbeiten zu machen. Hey Zoe, ich hoffe diese Sendung auf Promete Drive, das kommt ja oft in Zürich, immer am Dienstag und am Donnerstag, wird dir ein wenig Power geben, ein wenig Support. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ja. Viel alles Gute. Und weiterhin viel Erfolg. Danke schön. Bleiben so wie du bist. Danke schön. Das ist die wunderbare Zoe Pastel in Promete Drive. Meine Damen und Herren, Tschau miteinander, bis zum nächsten Mal. Servus.